Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Far Cry Primal. Hier haben wir ruckzuck schon ein Venge-Ereignis, da flitzen wir mal schnell hin. Da. Haben wir welche gerettet, das war ja jetzt ein wenig Durcheinander, ja ist auf, ja fein, Happa, Happa. Happa, Happa. Ja. Einer hat es nicht geschafft. Na gut. Wir gucken mal, was wollten wir machen? Wollten wir hier weiter runter gehen? Wir wollten hier, genau. Stimmt, wir wollten die unbekannten Orte entdecken. Und mich würde interessieren, was hier in dieser Schlucht, was es da so gibt. So. Also, da lang. Hallo. Hallo. Wolf. Ja. 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 Genau. Ich geh in Richtung Süden. Ja. 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 Also beim letzten Mal könnt ihr ja mal gucken Ich glaube das war die letzte Folge da wurde ich gejagt von mindestens zwei Nasehörnern Hier ist nichts weiter Ja holt bloß ab Also da haben wir das Lagerfeuer Und da ist der unbekannte Ort Ist da jemand? Da sitzt jemand Das Kalni Grab Okay Und Okay So Lagerfeuer entdeckt Aha Ups Außenposten Quacherstein Gut dann werden wir mal da weiterlaufen Was zu dem Lagerfeuer Und schauen wir mal Hier bin sie zu Hang Hühner Da haben wir wieder ein leckerer Nashorn Ist das so was hier Wir könnten ja auch auf dem Säbelzahntiger reiten Ja komm Lagerfeuer entdeckt Okay und da haben wir ein Leuchtfeuer Schwer Ups Okay Weil unten scheint ein Schluss zu sein Hier haben wir wieder eine Höhle wahrscheinlich Und eine Hand Wir gehen mal da ein Richtung dort Okay Sieht aus wie Ein toter Avenger Okay Nehmen wir ein bisschen Holz mit Ich glaube da war irgendwo eine Schlange Oh hier Eine Falle Können wir mal eine Falle aufbauen Wieder Okay Südsteine Südsteine braucht man ja noch Ich gucke mal schnell ins Dorf Wir wollten nur richtig Genau Südsteine Staub Auch noch mal auf dem Reise Da liegt ein toter Elch Oder so Grab der Zähne Grab der Zähne Okay Und hier haben wir eine Höhle Gehen wir mal in die Höhle Wallquabau Nehmen wir mal die Hand mit Sieht seltsam aus Sieht seltsam aus hier alles Wir verschwinden Na komm Geht doch mal Hallo Noch eine Höhle Noch eine Höhle Maske zerstört Die zweite Aus wie so ein Grab Oder so Hund Katze Mieze Katze Geh doch mal weg Ich komme nicht mehr aus der Höhle Weil dieses Tier im Weg steht Hier haben wir Südsteinstab Okay Gut So viel dazu Da haben wir auch nochmal Südsteinstab Ist da oben Wir brauchen doch Südsteinstab Pumba So Pumba kommt uns nicht hinterher Oder Seltener Südstein Okay Gut Dann gehen wir mal Zu dem Leuchtfeuer hier Diese Richtung Gut Gut Hat man von dem schon genug Ja Oh Wo war der Da drüben sind welche Drei Drei qui Drei нить Der wuchs hinterm Baum. Brutal. Das ist brutal. Hä? Doch, jetzt können wir nehmen. Aber wir sind ja auch schon in der Nähe von dem Leuchtfeuer. Kopfschuss. Oh. Holen wir mal die Eule. Oh. Das war's. Wo ist der Anführer? Hier. Benchereignis abgeschlossen. Okay. Hm, na gut. So, Popo Blatt hat noch mal genug. Stein, nehmen wir noch mit. Und wir müssen da irgendwie hoch. Da haben wir noch ein Stück Stein. Hm. Hm, 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 hm. Ich weiß gar nicht, wie viel Fleisch wir haben. Voll. Also irgendwas ist voll. Entweder Fell oder Fleisch. Mensch. So. Wir müssen da irgendwie hoch. Wir nehmen mal den Uhu. Äh. Mal hochfliegen. Mal hochfliegen. Mal hochfliegen. Mal hochfliegen. Mal hochfliegen. Den Rufer, den nehmen wir mal weg. kriegt keiner mit, dass der fehlt. Und wir laufen mal außen rum. da klettern wir hier hoch war was macht unser tierchen da haben wir noch ein paar mehr leute da 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 wurde der wohl getroffen da 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 können wir noch schnell die leute hier unsere pfeile wieder zurück holen da 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 fertig dann gucken wir mal auf die karte was denn das geister totem totems bitten die geister um eine sichere und erfolgreiche jagd xp booster plus 2 prozent dann zieht ihr eine sammlung mit einer höhlenwald an äh höhlenwald an da kann man auch in die Höhle rein spaltsteinhöhle unerforscht eine hand und eine höhlenmalerei und hier haben wir noch einen Außenposten ist gut dass wir das läuft vorerst mal haben wir weitermachen das sehen wir dann in der nächsten folge bis dann tschau